jo dann würde ich sagen leute fangen wir an ja wir starten fangen mal an mit der aufklärung hier ok jetzt ist die frage und den würde ich hier knacken ok so moment ok jetzt muss es gehen ja ok der wäre weg das wäre schon mal gut du kommst hierhin kv-panser hierhin ja artillerie überhaupt können wir hier eigentlich mal loslegen passt hmm hmm Hm. So. Ah. Okay. Ah, da möchte ich eigentlich nicht reinrauschen. Hm. Ah. Ah. hierhin so die flachs deckt hier alles ab wunderbar und du text hier auch alles ab ja perfekt komm hierhin ok hierhin fast ok du kommst du kommst hier hin du kommst du noch hier drüber ist da nichts passiert und hier gehen wir noch mal über die artillerie ist auch drüber da würde ich kann nichts riskieren ja noch mal gucken dass die roman das auf die reihe kriegen so ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann gehen wir hier drauf Hier hin Hier hin Das Geschütz hier So, hier drauf Passt Du kommst hier hin So, die Artilorie Ja, kann man eigentlich machen schon Fangen wir halt schon mal hier an So, die Jäger Hier hin Und hier hin So, die Flak Kann hier hin Ja, deckt hier wunderbar ab Perfekt Die Aufklärer, die schicken wir hier runter Ja, würde ich sagen Da hinten haben wir ja einen Aufklärer Ich geh'n hier hin Ah, ich komm da jetzt nicht rein Und da ist eine Artilorie Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig Packt mal hier hin Die Flak, wenn die hier hinkommt Deckt sie hier auch ab Dann Etwas gehen wir Auf ihn hier Jo Oh, die Flak ist so Hammer Die macht so gut Schaden Wunderbar 4 Und hier 1, 5 Ja, da gucken wir doch mal Dass wir daraus gehen Mehr als gedacht 0, 4 0, 5 Ja, sehr gut Ja, läuft Läuft gut an Ja So Boah, greift direkt die Flagge an Macht sogar einen Schaden Nur, dass ihr als Gefahr seht Aber gut, ist okay Autsch Ja, gegen Panzer Naja Hoffenes Gelände Ist das halt ein bisschen Unschön Warum musst du jetzt auf den Panzer Da geht Ich wollte da mit meiner Mit meiner Luftwaffe drauf Jetzt musst du natürlich Hier damit Brüsten Äh Pass auf Komm ich hier hin Die Artillery Das sieht gut aus Naja Er hat echt noch einen Schaden gemacht Aber ist okay Okay, ähm Das kommen wir auf Artillery Dann gehen wir mit der Luftwaffe dahin Würde ich sagen Scheiße Du gibst dir hier die Deckung Du machst ja hier auch die Deckung rein Die Pack Von Wenn ich dich angrabe Von was kriege ich denn hier Dagegenfeuer Von dir? Nein Ah Bewege dich nicht Ich stücke Fünf Das ist doch schon mal ganz gut gelaufen Zwei Zwei Drei Äh Es ist dieses Scheiß Pack da hinten Ja Es ist dieses Scheiß Drecks Pack Okay Wir gehen erstmal hier hin Uff Warum bist du da so stark? Ähm Komm hier hin So der Panzer Hier hin Wir rücken auf die Linie vor Hier hin Die Flagg kommt hier hin Deckt hier alles im Notfall ab Du hier durch Du hier lang Wir bleiben mal ein bisschen defensiv noch Obwohl ich mit der Stucco da jetzt hingehen könnte Die Artillerie hier wegkriegen Ja Das ist Schon mal eine gute Idee Wollte ich sagen Und dann rausche ich in den Flagg Ja gut Okay Jetzt sind wir halt drin Jetzt komme ich Das ist halt so Gucowulf Ne Ne Diese Scheiß Pack da hinten Die muss auch noch weg Ja Okay Lassen wir mal so Oh Er hat auch sowas wie Ich hab Gut zu wissen Ja Ja Diese Drecksdinger Aber gut In den Festungen sind die eigentlich relativ safe Da steht eine ganze Panzermahler da oben Wahnsinn Da oben steht eine ganze Panzermahler so Zeit Jo Den Zug können wir noch machen Ähm Das ganze Panzermahler steht da Äh Mal gucken wie wir das angehen Stucco wie weit kommt ihr Ja du hast mich jetzt natürlich hier blockiert Aber du kannst hier hin Ja das war das Ding da mal weg hauen Sehr schön Ähm Ja das mache ich mit den Panzern Äh Beziehungsweise schick da die Infanterie rein Angriff auf harte Ziele Drei Ja Sehr geil Er hat sogar über Lebenskämpfer schon mal gehört Angriff Luftziele plus eins Okay Könne Stucco ist das eigentlich ein ungewöhnlicher Held So dann Hauen wir dich weg Das ist doch schon mal ganz gut Du hast Zielhilfe Ne das hat der Jäger oder sowas gehabt Ne Ja So dann Hier hin Okay der ist direkt platt Also ich gehe drauf Tier 12 Okay copy 2 Lute Komm erst mal hier hin Hier hin Hier hin Jetzt Panzer ab Die Unterstützung Gucken wir mal was haben wir hier T26 T60 HV1 HV1 Ja toll Gehen wir hier drauf erstmal Hier hin So die Flak Kommt hier hin explodieren ja Die Flak ok hier hin und hier hin die flagg hier hin so jäger hier hin jäger hier hin so hier hin Puckwolf du kommst hier hin ok ok Leute dann sehen wir uns hier beim nächsten mal wieder und dann versuchen wir das durch die könnte man doch bestimmt auch einkesseln das ist ja auch nicht mehr so weit dann müssen wir mal gucken wie wir uns in der nächsten runde machen aber das war es erst mal von dem part wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und ciao